Stufen, die keine Treppen sind. Hallo ihr Lieben, in dem Video geht es um mehr stufige Zufallsversuche und ja, nicht um Treppen. Mit Treppen hat das nichts zu tun, aber Stufenkomfort. Egal, also ich denke, das Intro wurde irgendwie ausreichend erklärt. Theoretisch müsste ich eigentlich drüber schreiben Baumdiagramme, weil wir heute uns anschauen werden, wie Baumdiagramme gezeichnet werden, wie die Bezeichnungen sind, was man dazu wissen muss. Also ihr merkt eine Menge Einführungskram. In der nächsten Einheit schauen wir uns dann an, wie die Wahrscheinlichkeiten mithilfe von Baumdiagrammen berechnet werden. Baumdiagramme sind super nützlich. Die sind auch gar nicht so schwierig. Wir werden auch das Wesentliche eigentlich schon jetzt in Klasse 8 lernen und da kommt nicht viel mehr dazu. Aber wir brauchen die bis in Klasse 12. Bestimmte Abituraufgaben lassen sich mit Baumdiagrammen hervorragend lösen, auch wenn ich in Klasse 11, 12 vielleicht nochmal den einen oder anderen Input geben müsste. Bevor wir aber zum Baumdiagramm kommen, sollten wir vielleicht erstmal klären, was ein mehrstufiger Zufallsversuch ist. Da habe ich folgendes Beispiel vorbereitet. Wenn ihr eine 6 werft, ist die Chance ja ein Sechstel. Ich denke, das habt ihr mittlerweile mitbekommen. Wer nicht, kann mal Alt-F4 drücken und sich nochmal die Infos dazu anschauen. Uns interessiert ja nicht nur, wie groß die Chance ist, einmal eine 6 zu werfen, sondern vielleicht auch, wenn ich jetzt beim Rausschmeißer bin, also hierbei Mensch ärgere dich nicht, wie groß die Chance ist, dass ich vielleicht in 3 Würfen keine 6 bekomme. Oder wie groß ist eigentlich die Chance, dass ich eine 3 und eine 4 werfe und spielt dabei die Reihenfolge eigentlich eine Rolle. Das sind alles mehrstufige Zufallsversuche und wie es der Name auch schon sagt, das sind einfach Zufallsversuche, die ich häufig hintereinander oder mehrfach hintereinander ausführe. Zum Beispiel zweimal eine Würfel werfen oder zweimal eine Münze werfen oder zweimal das Buch durch die Gegend. Also ja, Entschuldigung. Ich denke, es ist klar, um was es geht und auch ich habe euch ein, ich denke, lebensnahes, praktisches Beispiel mitgebracht. Und zwar klingelt der Wecker am Morgen. Ich habe hier Morsen stehen. Ach nee, das G ist verhunzt. Da steht Morgen. Entschuldigen bitte. Also der Wecker klingelt am Morgen und ich betrachte das Experiment. Ich stehe auf. Das ist U für ab. Oder ich bleibe liegen. Das ist D für down. Und ich bin ganz optimistisch. Die Chance, dass ich aufstehe, ist 0,99 und die Chance, dass ich liegen bleibe, ist 0,01. Ihr könnt ja den Versuch auch nochmal mit euren eigenen Werten durchrechnen. Da wird sich nicht viel ändern. Aber ich bin gespannt. Wie schätzt ihr das eigentlich bei euch ein? Ich schreibe die Wahrscheinlichkeiten oben rechts nochmal hin. Und wir betrachten jetzt diesen Zufallsversuch, dass wir drei Tage hintereinander beobachten, ich stehe auf oder ich bleibe liegen. Es geht los mit dem Baumdiagramm. Und das Baumdiagramm beginnt typischerweise mit einer Wurzel. Und von der Wurzel gehen mehrere Verzweigungen weg. In dem Fall zwei. Warum? Weil ich genau zwei Möglichkeiten habe, mich zu entscheiden. Nämlich einmal ich stehe auf oder ich bleibe liegen. Also ich habe zwei Ergebnisse. Die schreibe ich ans Ende der Verzweigung. Und was ich noch aufschreibe, ist die Wahrscheinlichkeit. Und die schreibe ich über bzw. unter der Verzweigung. Und das war schon Tag 1. Beim Tag 2 habe ich wieder die Möglichkeit, aufzustehen oder liegen zu bleiben. Und die Möglichkeit habe ich, wenn ich am Tag 1 aufgestanden bin. Die Möglichkeit habe ich aber auch, wenn ich liegen geblieben bin. Das bedeutet, ich trage die Verzweigung einmal an das U wieder ran. Das U ist quasi die neue Wurzel, wenn man so möchte. Und von da aus führen zwei Verzweigungen einmal zu einem neuen U und zu einem neuen D. Und wie ihr euch schon vorstellen könnt, das kann ich bis zum Tag 3 fortsetzen. Wie ihr euch sicherlich auch vorstellen könnt, das kann ich mit Tag 4, 5, 6 und 7 machen. Und jetzt Challenge. Wer schafft es, das für 100 Tage aufzuschreiben? Sollte ich mal ausrechnen, wie viel Platz das braucht. Das ist ja der Wahnsinn. Aber egal. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Baumdiagramm, aber das sieht schon gut aus. Also das heißt Baum, weil es hier ganz viele verschiedene Verzweigungen gibt und wie es da aussieht und so weiter. Was wir jetzt noch am Ende hinschreiben, ist, was der jeweilige Pfad, den Begriff klärlich gleich ergibt. Also sprich, ich bin hier bei U, dann bin ich hier nochmal bei U und ich bin nochmal bei U. Also ich bin drei Tage hintereinander aufgestanden. Das bedeutet, ich schreibe, Achtung, diesmal in runden Klammern, U, U, U hin. Im nächsten Fall bin ich an zwei Tagen aufgestanden und an einem Tag liegen geblieben. Auch das schreibe ich so hin. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wie es weitergeht. Das Ganze mache ich für den Rest des Baumdiagramms auch noch. Der nächste Begriff, den ich mir anschaue, ist der des Pfades. Und zwar gehe ich jetzt hier entlang eines Astes und wähle immer verschiedene Verzweigungen. Und die Strecke, die ich hier entlang gehe, heißt Pfad. Und das bedeutet, der Pfad U, D, U gehört eben zu diesem Stückchen hier. Dabei ist es nicht egal, in welcher Reihenfolge ihr das aufschreibt. Also U, D, U ist was anderes als U, U, D und so weiter. Weil das erste U steht für Tag 1, das zweite U steht für Tag 2 und das dritte U steht für Tag 3. Und es gibt noch eine weitere Sache, die für Baumdiagrammen wichtig sind. Und zwar kann ich mich selber kontrollieren. Und zwar, wenn ich von der Wurzel ausgehe und mir alle Verzweigungen anschaue, die direkt davon ausgehen, die 0,99 und die 1 Hundertstel. Wenn ich die addiere, kommt immer 1 raus. Und das gilt für jede neue Verzweigung. Das heißt, hier gehe ich ja von U aus, habe zwei Verzweigungen und bin bei 99 Hundertstel bzw. 1 Hundertstel. Und auch das ergibt wieder 1. Auch hier die Verzweigung ergibt wieder 1 und die Verzweigung ergibt wieder 1. Und da spielt es auch keine Rolle, ob ich zwei, drei oder vier Verzweigungen habe. Alle, die von dem Punkt ausgehen, müssen in der Summe 1 ergeben. Das ist zum einen für euch eine schöne Kontrolle und zum anderen ergibt das schöne Möglichkeiten für Übungsaufgaben. Eine weitere wichtige Sache, die wir noch besprechen müssen, ist die Ergebnismenge. Ich betrachte jetzt den Zufallsversuch, ich stehe an drei Tagen hintereinander auf oder bleibe liegen. Also der Wecker klingelt am Morgen und ich schaue, ob ich liegen bleibe oder aufstehe und das an drei Tagen hintereinander. Das bedeutet, dass ich eine neue Ergebnismenge habe. Das hier, das SUD, gilt nur für einen einzelnen Tag. Wenn ich jetzt drei Tage betrachte, dann ist das hier meine neue Ergebnismenge. Die besteht also aus insgesamt acht einzelnen Ergebnissen. Und da kann ich jetzt wieder eine geschweifte Klammer drumherum machen. Liebling, ich habe das Tafelbild geschrumpft. Genau, und so würde die Ergebnismenge dann aussehen. Also die besteht aus diesen ganzen Triebeln, müsst ihr euch nicht genau merken, den Begriff. Und die schreibe ich hier hintereinander auf. Was bei dem Baumdiagramm noch fehlt, sind die Wahrscheinlichkeiten. Auch die schreibe ich hier am Ende nochmal hin, aber das kommt erst in der nächsten Einheit ran. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Eine letzte Sache möchte ich noch kurz erklären. Dazu brauche ich aber ein anderes Zufallsexperiment. In dem Fall werfe ich zwei Münzen. Und die eine Münze, das ist eine faire Münze, wo die Wahrscheinlichkeit für Kopf und Zahl jeweils 0,5 ist. Und die andere Münze ist eine gefakte Münze, wo die Wahrscheinlichkeit für Kopf 0,6 und die Wahrscheinlichkeit für Zahl 0,4 ist. Das gleichzeitige Werfen kann ich auch als Baumdiagramm ausführen. Und vielleicht ist hier die Frage, was schreibe ich denn hier als erstes auf? Die Antwort ist, es ist völlig egal in dem Fall. Und in Klammern tatsächlich nur in dem Fall. Wir werden noch andere Beispiele sehen, wo es wirklich egal ist, aber das kommt später. Und das Schlüsselwort hier heißt Unabhängigkeit. Also, das heißt, ich kann die Baumdiagramme auch tauschen, die Anordnung. Und das bedeutet nichts anderes, als dass ich in der ersten Stufe auch die gefakte Münze eintragen kann. Und im zweiten Fall kann ich dann die normale Münze eintragen. Die grundsätzlichen Ergebnisse unterscheiden sich jetzt nicht voneinander. Ich habe zwar hier jetzt tatsächlich eine andere Reihenfolge, aber das ist das Wichtige bei der Sache, dass die hier keine Rolle spielt, weil ich die Münzen ja gleichzeitig werfe. Ja, und damit bin ich eigentlich durch und da wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!